Die sind böse schon. Die greifen mir nicht oft hier. Die kommen jetzt alle, ey. Guck mal. Das ist nicht lustig. Ich glaub, die mögen sie nicht so gern. Darf ich ihn jetzt wegnehmen? Oh mein Gott. Jaaa. Keiner tut euch was. Seem Mann. Heißt auch, muss ich ihn sehen? Ah, Mahlherstel! Bis zum nächsten Mal.